So, ihr wisst ja, neuer Tag, neuer Shop, da sind wir nämlich auch wieder zurück. Wie gesagt, immer noch voll im Umzugstolz, deshalb wundert euch einfach nicht, dass derzeit keine neuen Livestreams kommen oder so. Ich versuche schon immer irgendwie ein bisschen was noch zu machen für euch, aber es ist natürlich alles ein bisschen schwierig, derzeit unter einen Hut zu bekommen. Aber erstmal danke jetzt für 2600 Abonnenten, Gruß geht da erstmal an alle neuen raus, die wahrscheinlich auch da sind, wegen dem Pass zum Games und Preisgeld und wegen den Skinverlosungen, weil sobald ich wieder voll drin bin, machen wir natürlich eine Skinverlosung, wie versprochen. Wie ihr seht, ich habe gestern noch ein bisschen Rette die Welt gemacht, weil die Tagesaufgaben, ja, ich habe mich dann um 11 Uhr nochmal dahin gesetzt, habe dann nochmal ein bisschen reingehauen, weil irgendwie tut es dann doch weh, wenn man weiß, man verschenkt V-Bucks. Aber ihr wisst ja, wenn ihr Bock habt auf Custom Games mit Preisgeld oder Skinverlosungen, falls ihr noch gar nicht abonniert habt, gerne ein Abo dalassen. Die Glocke aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst, was Livestreams betrifft oder irgendwelche Informationen, weil ich habe gemerkt, die Informationen kommen doch recht gut bei euch an. Ich dachte immer so, ja, komm, Clickbait, ah, nee, mach nicht. Aber ich sehe eigentlich, das kommt recht gut bei euch an und deshalb werden wir einfach nochmal ein bisschen weitergucken. Wegen dem Winterfest, da kommen ja auch einzelne Sachen dauernd von mir hoch, was ich so bekommen habe in den Kisten und hast nicht gesehen, beziehungsweise Geschenken. Aber ich würde sagen, wir quatschen nicht so viel, wir gehen direkt rüber in den Shop und ihr seht schon gerade oben rechts, er ist da. Kylo Ren ist da. Dann Zori ist da, wir gucken aber direkt mal komplett alles durch. Viel ist es diesmal nicht, aber ja, also haben wir hier erstmal den ersten Hängekleider. Den hatten wir schon, ich glaube, ja. Und den, aber irgendwie, ich weiß nicht, entweder bin ich da nicht tief genug drin in Star Wars oder es ist einfach nicht mein Geschmack. Ich weiß nicht, ich feiere diese Kleider nicht so. Kann aber auch daran liegen, dass ich wirklich, ich habe zwar jeden Teil gesehen, aber irgendwie Star Wars flecht mich nicht richtig. Also die zwei Kleider gibt es halt für 1800 V-Bucks. Muss man sich halt gut überlegen. Ist eine Menge Geld, wenn man es so will. Ob einem das am Ende dann wirklich wert ist, muss jeder für sich selbst entscheiden. Aber ihr wisst doch, wenn ihr euch was kauft, gerne mit meinem Creator Kahoot, YT-Familyhack, wie ihr auch unten steht. Einmal ganz unten, einmal nochmal unten. So, was haben wir noch? Dann haben wir für 2000 V-Bucks drei Spitzhacken. Eieieie, jetzt müssen wir es mal wissen, ey. Dann haben wir immer die, die kennen wir schon. Ah, ich weiß nicht so richtig, ich weiß nicht, nur die Skins, mit denen kann ich was anfangen, aber alles drumherum ist irgendwie überhaupt nicht meine Welt. Ganz seltsam. Auch hier das, ja. Als Star Wars Fan, ja, aber ich glaube, ich würde das überhaupt nicht, ich bin keiner. So, die haben wir, die haben wir. Dann die dunkle Seite. Leider ohne Ton. Es gibt so geilen Ton dafür. Es gibt so geilen Ton dafür. Und die machen einfach gar keinen. Jetzt steht man da und, jo, drückt seine Imani-Gere Zitrone zusammen. Eieieiei, ich sag da immer mal Ton rein, immer Ton. So, aber hier ist er, Keilo. Bester Skin ever? Äh, man weiß nicht. Aber, der Umhang wirkt auf jeden Fall sehr statisch. Aber für den Umfang, äh, Umfang, hm, vor allem Umfang, gibt es zwei verschiedene Stile. Ach, ja, der Stil ist, einmal Cape um den Kopf und einmal Cape. Ja, warum dreht die sich denn immer so um? Also, so ist es natürlich deutlich besser. Ja, doch, so wird ich ein Wendspiel. So, das war das. Dann, ja, hier könnt ihr euch die Pickaxe nochmal selber alleine kaufen. Aber, ja gut, das ist eigentlich wieder total verlockend. Hier den Kleider gab es vorher, glaube ich, noch nicht. Gibt es den hinten? Ah, doch, hier ist er dabei. Ah, da muss man echt aufpassen, ey. Ich wünsche es mir, viele sich daraus versehen was kaufen. Aber, wie gesagt, wie mit dem Kleider, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Und hier das geht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Es erinnert mich so voll an Alien vs. Predator. Beziehungsweise Predator alleine. Es sieht irgendwie komisch aus. Ich weiß nicht warum. Aber, die Sache, die wahren Star Wars Fans werden natürlich hier zuschlagen. Aber, für mich ist das einfach nichts. Dann natürlich sitzt Rupert wieder dabei. Mit der Waffe auf dem Rücken. Ja, ich sage, er sieht toll aus. Aber, ich sehe ihn jetzt im Spiel auch nicht mehr so oft. Muss ich ehrlich dabei sagen. Also, da gibt es Skins, die sieht man deutlich öfters. Also, so groß kann der Star Wars Hype eigentlich nicht sein. Weil, schreiben wir in die Kommentare rein. Wer von euch hat sich alles was gekauft von Star Wars? Jetzt seitdem es den Shop gibt. So, dann haben wir nochmal den Kleider. Ja, der ist vom Tod. Vom Tod ist der natürlich richtig geil. So, dann haben wir hier nochmal die Pickaxe. Dann das Verräter. Ah, es geht auch. Aber, warum die holographische Systeme? Also, ganz ehrlich, klar. Für Star Wars Fans ist der Shop jetzt wirklich wahrscheinlich was Gutes. Aber, ich muss sagen, nee. Kylo, ja. Aber, dann hört es auch wirklich bei mir schon auf. Und, nochmals Erinnerung. Ihr wisst ja, vergesst nicht, wenn ihr euch was kauft, tragt meinen Greider-Code ein. YNT-Family-Hack. Und, dann würde ich sagen, war es das eigentlich schon, was normal Bad Royale betrifft. Wir können gerne nochmal rübergehen hinzu, rette die Welt. Gerade mal gucken, was da abgeht. Weil, eine V-Bucks-Aufgabe haben wir. Aber, natürlich wieder nur für die ganz Fortgeschrittenen. Nämlich auf Level 104, äh, 440. Ja, so weit sind wir dann auch noch nicht. Auf Level 140. Da gibt es nämlich 40 V-Bucks. Aber, ich denke mal, da werden nicht viele sein. Von daher, auch für mich, etwas unrelevant. Aber, das wird schon werden, denke ich mal. Aber, das Problem ist halt einfach, rette die Welt, frisst halt einfach so viel Zeit. Es dauert einfach. Ihr seht ja schon allein, wie lange hier der Ladebildschirm dauert. Ach, die Gründer-Pakete. Stimmt, das habe ich auch gesehen. Die Gründer-Pakete, da habe ich auch gedacht. Okay. Ja. Für 45 Euro könnte ich jetzt upgraden. Was würde ich denn da bekommen? Acht Kisten. Dann 48 Stings. Oh, was? Nee. Nee, 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 nee. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ja, die zwei Skins. Ja, aber trotzdem. Nee, das ist mir keine 50 Euro. Das würde ich bei 15 bekommen. Ich würde sagen, das ist nur eine Überlebende. So vom Verhalten her. Aber auch das für 15 Euro, naja, wie gesagt, muss auch jeder für sich selber entscheiden. Also ich mache es nicht. Ich dachte eigentlich, ich hätte mir die Deluxe Edition geholt. Aber die habe ich mir wahrscheinlich damals nur auf der Playstation geholt. So, viele wollen immer den Shop sehen. Wir gehen direkt rein. Ach, ich kann endlich mal meinen Nussknacker kaufen. Warum kaufe ich den? Einfach, weil ich den haben will. Ihr kennt das ja. Und wie gesagt, auf Level 140 ist die V-Bucks Mission. Müsste einfach mal gucken. Hier ist jetzt gerade mal der Shop nochmal drin. Ach, siehste, wollte ich eigentlich auch kaufen. Regentropfen kann man nämlich nie genug haben. Ähm, und da, 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 da. Jetzt bin ich mir sicher, habe ich auch gute Sturmsfrau. So, hier ist eigentlich auch nichts so weit Besonderes. Und da würde ich sagen, war es das auch schon wieder. Ich denke mal, wir sehen uns um 3, 4 Uhr nochmal kurz wieder mit der neuen Tagesaufgabe, mit dem neuen Geschenk. Und in dem Sinne würde ich sagen, haut rein, euch noch einen schönen Tag. Ich würde gerne spielen und streamen, aber leider müssen wir ein bisschen umziehen. Und in dem Sinne, haut rein.